Wer schon immer davon geträumt hat, ein eigenes Eiskaffee zu eröffnen, sollte jetzt besonders gut aufpassen. Denn hinter dem Franchise-System Giovanni L. Gelato Deluxe steht der zweifache Weltmeister seiner Zunft Giovanni Lasagna. Selbst das spanische Königshaus wird mit dem Eis der Marke beliefert. Hergestellt werden die Eiskreationen in Norddeutschland, täglich aus frischer Milch heimischer Kühe. Das attraktiv dargebotene Bergeeis begeistert optisch und geschmacklich in Fußgängerzonen, in Shoppingcentern und sogar auf den Kreuzfahrtschiffen der MS Europa. Neben all diesen Pluspunkten für Giovanni L. Gelato Deluxe können interessierte Gründer außerdem zum Beispiel von niedrigen Gebühren und Leasingoptionen profitieren. Begeistert Sie dieses kulinarische Franchise-Konzept? Dann klicken Sie jetzt hier und erfahren Sie umgehend mehr über Giovanni L.